Schön. Mission 7. Wie viele Missionen gibt es? Zwölf? Kann es sein, dann wäre das ja schon fast vorbei. War wahrscheinlich so ein altes Spiel, wo es echt mal noch viele Missionen wird. Schön, wie sie zu meinen Leuten gehen und sich die abknallen lassen. Oh, das sind Flammentypen. Okay, sehr schön. Da habe ich eine Idee. Ich schicke die einfach in den Dinger rein, in den BMT. Okay, das ist wohl die glückste Möglichkeit. Kam der jetzt nicht irgendwie mal? Ja. Oh oh, das reicht ja gar nicht, die Zeit. Du musst die ausschalten, bevor der mich kriegt. Hilfe! Oh, das war knapp. Hat aber doch ganz gut geklappt. Endlich mal einen gescheiten Panzer hier. Noch einen gescheiten Panzer. Warum bringt man die nicht einfach alle gleichzeitig, ne? Dann ist es so ein Kuddelmüttel. Kampf ums Überleben. Jetzt überfährt der mich wieder. Yay. Ich kann den auch nicht irgendwo reinschicken, weil ich den falschen Panzer ausgewählt habe. Schön. Der braucht schon Infanteristen, ne? Beifahrt. 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 Wo bleibt mein Bauhof? Der wurde mir versprochen. Dankeschön. Höchste Zeit. Allerhöchste Zeit. Jetzt brauche ich nur noch Tiberium. Sonst baue ich den noch nicht auf. Irgendwo muss der Tiberium sein. Anders kann man die Mission ja nicht schaffen. Das möchte ich doch stark bezweifeln. Oh, was ist das denn für ein Grafik... Grafikfehler. Hilfe. Da ist auf jeden Fall mal Tiberium. Mal gucken, ob das irgendwie mal... Ich muss da durchfahren, dann geht's... Ah, okay. Ich kann's fixen. Dabei habe ich extra wieder die ursprüngliche Auslösung genommen, gestreckt. Und der ist eigentlich schon mal relativ gut gegen, außer die Videos. Okay, schon alles wieder im Rhein. Ich weiß auch gar nicht, ob man das in der Aufnahme dann sieht. Wäre schade, wenn nicht. Zack, zack. So, die... Boah, es geht weit nach rechts, also okay. Oben auch ein bisschen. Also die Karten werden auch größer. Mal sehen, ob man jetzt endlich zumindest mal diese Panzer hier bauen kann. Aber die kann ich auch nicht nur bauen. Denn gegen Infanteristen sind die jetzt nicht die Stärksten. Äh, 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 äh. Ich weiß nicht, wie viel Tiberium er ist. Aber eigentlich ist mir ein Sammler dann doch zu wenig. Wie frech ist das? Wie frech. Stimmt, ich kann sie auch einfach überfahren, ne? Idioten, ihr sollt sie überfahren. Geht doch. Überfahren ist da wohl echt die schnellere Variante. Wenn man sie denn Bescheid trifft. So, da ist ganz wenig Tiberium fällt mir gerade auf. Muss ich gerade überlegen, ob sich das lohnt, um eine Refinerie zu bauen. Das ist ja übelst wenig. Das ist ja übelst wenig. Da kommt nicht viel rein. Komm, lass das. Lass mich in Ruhe. Ich geb auf. Weiße Flage, äh, weiße Fahne. Da ist auch nix. Boah, so Feuer ist doch ganz schön effektiv gegen Panzer. Wer hätte das gedacht? Ich bin trotzdem stärker. Mit Panzern. Bauen wir es einfach mal auf. Damit wir hier vorankommen. Ich will keine Leute. Wenn ich wüsste, wo ich hingehen soll. Wahrscheinlich kommen sie dann gleich von oben, wenn ich hier keine Einheit mehr habe. Aber ich will trotzdem gucken, wenn da ein bisschen Geld drin ist, will ich das nicht irgendwie verpassen. Zivilgebäude. Heftig. Wie wenig Tiberium, ne? Wie soll man das denn? Ich freu mich auf die Mission, wo man ein bisschen mehr von allem da ist. Mit der höchste Zeit. Was wollen die denn jetzt? Das überlebe ich ja nie. Ach, die wollen mir das wegnehmen. Oder nehmen sie das überhaupt? Überfahren. Ja, sehr schön. Abhauen. Bisschen Auskundschaften noch. Hey. Ah, ich kann Panzer bauen. Ist das nicht schön. Sammler 1400, das kenne ich noch. Das glaube ich, in anderen Kommandankommen wir spielen auch so. Schießt der jetzt echt meinen Sammler an? Kann mein Sammler schießen? Wieder Alarmschiffro 2, das wäre schön. Nee, kann er nicht. Das war der da. Was macht der denn da? Idiot. Naja, wenn ich schon dabei bin, ne? Die Frage ist, ob er jetzt mich abschießt. Tut er. Das war natürlich sehr klug von mir jetzt. Das schaffe ich niemals. Hab schon wieder mal verkackt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass hier echt kein Tiberium mehr ist. Jetzt habe ich die feindliche Basis gefunden. Wow. Und die konnte ich mal sammeln. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich fühle mich so vergekehrt. Das kann nicht wahr sein. Und hier sind überall Gegner, überall feindliche Wesen. Wo sind die Freunde? Wo ist der Spaß? Aha. Sag mir das doch einer. Da muss ich also ein bisschen weiter hochgehen am Anfang. Aber so viel Tiberium ist das jetzt auch nicht. Da kommen irgendwo welche Einheiten her wieder. Gucken wir einfach mal ein bisschen um noch. Damit ich hier weiß, worauf ich mich einlasse. Dann kann ich gleich wieder neu laden. Oh, die... Wow. Wurden in die Flucht getrieben von meinem genialen Panzer. Naja, vielleicht kann ich es ja doch noch schaffen, ne? Nie die Hoffnung verlieren. Nie aufgeben. Und muss ja nicht immer gleich wieder neu laden. Das wäre ja langweilig. Das wäre so deszent. Einfach mal probieren, ob es noch klappt. Ach du Scheiße. Den Weg haben wir nie gesehen. Ich denke mal, jetzt weiß ich auch alles, was hier ist. Deswegen gehe ich jetzt zurück. Höchst hier oben links. Aha. Ha, ha, ha. Na? Was sagt ihr dazu? Aber so viel Tiberium ist das jetzt trotzdem nicht. Ach, das sind ja noch Leute gewesen. Habe ich wohl vergessen. Braucht noch ein paar Wüstenjäger. Ich speichere mal. Weil es so gut läuft bisher. Und, äh... Mal ein bisschen schneller. Das ist halt das Einzige, was ein bisschen nervt, dass man nur eine Einheit bauen kann. Eine Einheit. Aber irgendwann kann man mehr Einheiten gleichzeitig auswählen. Ich werde auch nie Dune oder sowas spielen. Wurde das nicht gehen. So, ich werde einfach... Boah, wo kommt die jetzt schon wieder her? Wieder irgendwelche Verstärkung bekommen. Ich will eigentlich so lange bauen, wie lange ich noch Tiberium habe. Das ist ja auch nicht mehr so lange, ne? Ach, Trunert kostet ja doppelt so viel wie so ein Wüstenjäger. Da frage ich mich, ob nicht so Wüstenjäger sinnvoller sind zu bauen. Auf jeden Fall mehr als die anderen. Ja, äh... Kluge Idee. Sehr klug. Aber ich lasse ihn mal. 7-1. Machen wir das wieder ordentlich. Und... Ah, der geht ja jetzt auch hin, ne? Das ist gar nicht gut. Oder kann er das machen? Wir lassen ihn mal. Das versuchen. Da sind mir zu wenig Einheiten. Ah, die kommen mir immer näher hier. Kann ich eigentlich inzwischen Verteidigungsgebäude bauen? Vielleicht brauche ich dafür eine Radarzentrale. Mal sehen, ob die überhaupt was bringt oder ob die nur eine Karte aufdeckt. Ich denke, es wird nur eine Karte geben und auf die kann ich auch verzichten. Aber wir probieren's mal. In späteren Missionen wird das Teil auf jeden Fall notwendig sein, um Marmutkanzler wahrscheinlich zu bauen. Sehr schön, der hat's geschafft. Ah, das sieht doch ganz ordentlich aus. An... Massen. Zumindest im Moment. Das ändert sich ja ganz schnell, wenn die dezimiert werden gleich. Aha. Da geht's schon los. Können nicht alle hin. Warum, ihr seid so viele? Das kann nicht wahr sein. Du weißt gar nicht, warum die da überhaupt einen hingestellt haben. Kann man die Basis von hier aus irgendwie? Nee, kann man auch nicht. Total sinnlos, also einen Beteiligungsturm in der Stimmung. Oh nein, da schießt man Tiberium kaputt. Oh, hier geht man da rauf. Lügt damit. Mal sehen, ob ich dazu noch genug Schlagkraft bekomme für die Basis. Das war jetzt eigentlich mein Auftrag, ne? Letztes Auftrag, Ziel nicht... Laber nicht. Obenrum. Flugfeld war primäres Ziel. Ihr neuer Auftrag, Stützpunkt errichten. Dann verbleibende Nordgebäude und Truppen vernichten. Verstärkung sind... Ja, ist klar. Flugfeld, da gab's bestimmt gar keinen Ziel. Wollen mich doch verarschen. Es hieß Kraftwerk zerstören. Na, hieß es nicht, aber es... Wahrscheinlich wegen der falschen Übertragung. Das war wahrscheinlich Absicht, damit ich das falsch verstehe. Er hätte einfach alles gemeint sein können. So. Ich glaube, wenn ich von hier zur Seite reinkomme, habe ich eine bessere Position, als wenn Schoten ins offene Messer reinlauft. Ja, der braucht jetzt ziemlich lange, weil er so lange fahren muss. Weg damit. Guck ich mal, ob ich die direkt wieder verkaufen kann, wenn die mir nichts bringt. Die Radarzentrale. Die bringt mir rein gar nichts. Das ist nur ne Karte. Also verzichte ich darauf. Kann ich dafür ein paar Einheiten bauen. Habe ich mehr von. Was macht ihr da? Ihr seid so wie Hüder ohne Köpfe. Sonst fahrt nur im Kreis rum und habt keine Ahnung, was ihr tun sollt. Diesel ist noch drin, aber sonst... Sind auch mal mehr gewesen, ne? Wo sind die alle hin? In den zwei Verteidigungstürungen habe ich die Hälfte meiner Leute eingebüßt. Da sind Nummer zwei und habe ich gar keinen mehr, wenn da noch ein paar Leute rumstehen. Was nicht heißt, dass ich das jetzt nicht ausprobieren werde. Aha, die gehen da hoch. Die wissen, da braut sich was zusammen. Die Musik ist nett. Was wollten die da oben? Wo kommen die überhaupt her? Ach, da ging es noch weiter? Echt? Wie habe ich das... Hä, wieso habe ich das nicht gesehen? Naja, ich gehe jetzt hier rum. Falls es da... Kann ich das? Geht das auch? Ja, sehr schön. Oh fuck. Die gehen unten lang. Die sind doch dumm. Wie dumm kann man eigentlich sein? Ihr seid doch alle dumm. Hey, ich glaube es nicht manchmal, wie dumm manche sein können. Unschön. Echter Ungenuss, um es mal so zu sagen. Damit weg. So, was sagt er jetzt? Oh, da kommen noch mehr. Die bauen halt immer nach. So, habe ich euch jetzt mal alle gesammelt hier? Dann alle da hoch, bitte. Kein Stau. Was machen die denn da? Stehen da in Zeitlupe was? Wie Statuen rum? Okay, wenn es Spaß macht. Ich stelle mich mal hier als Abfangjäger hin. Herrlich. Ah, da geht's rein. Immerhin. Dann mache ich schnell den ihre Kaserne kaputt, damit das mal aufhört. Das nervt. Ich habe zwar alle hochgeschickt, aber ein paar wollen nicht. Einfach rüberfahren. Einfach rüberfahren. Bitte. Die Füßenjäger schaffen das einfach. Aber okay. Kaserne. Einfach Kaserne kaputt machen, bitte. Ist halt unschön, weil da so ein kleiner Durchgang ist. Da bin ich wie auf dem Präsentiert, Heller. Aber die Kaserne sollte trotzdem fallen. Die Hand von Nord. Die Faust. Ja, das sieht nicht gut aus. Der Eingang ist einfach zu klein. Das reicht noch nicht. An Einheiten, die ich da habe. Es wäre trotzdem schön, wenn die Kaserne noch fallen würde und nicht wieder aufgebaut würde. Ich glaube, das wäre im Endeffekt doch gar nicht so schlecht. Vielleicht kann ich noch ein paar Einheiten retten. Wo kommt die jetzt schon wieder her? Immerhin habe ich noch ein bisschen aufgeräumt. Irgendwie kriege ich kein Geld mehr. Ah, da kommt es. Dann bringe ich die mal nach oben und dann da fehlende Einheiten. Werde ich verfolgt? Ja. Mal gucken. Oh, okay. Dann hat es sich ja überhaupt nicht gelohnt. Dann lade ich einfach neue und warte erst, damit ich ein paar Einheiten habe. Hat ja keinen Sinn. Wie sie mich fertig machen. Wie lange schon brauche ich? 18 Minuten. Ich glaube, das ist die längste Mission bisher. Aber wenn man so wenig Tiberium hat, was soll man machen? Mir gefällt dieser Eingang nicht. Aber hier unten ist es auch nicht viel besser, weil da noch die Dinger dazukommen. Kommt mal da hoch. Vielleicht kann ich mich hier irgendwie reinmogeln. Mal ausprobieren. Die Musik habe ich auch irgendwie noch nie gehört. Bleibt mal schön hier stehen. Nicht zu nah ran, sonst werden die ganz aufgeregt. Ich mache jetzt immer so zwei Wüstenjäger und ein M1-A1. Nennen wir ihn Panzer. Da kann ich mir das auch merken. Den Mammut kann man ja einfach Mammut nennen. Wenn er irgendwann mal kommen sollte. Gibt ja leider keine Reparaturstätte für die roten Typen hier. Jawohl, Zahn! So, mach das mal kaputt, bitte. Das können nur die echten Panzer. Ich sehe schon. Schnell weg hier. War nicht so gemeint. Der hier muss das machen. Der kann sogar ohne Steuerung das kaputt machen, schön. Gut, dann müsst ihr erst mal dran glauben. Jetzt will er wieder abhauen, der Schisser. Ja, weil meine Panzer da nicht gescheit rankommen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, zuerst diese Raketentypen kaputt zu machen. No, 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 no. Nicht so nah ran. So. Jetzt kann ich hier oben lang. Da sind noch mehr Einheiten von denen. Toll. Vielleicht finde ich ja den Bauhof. Wo ist der Bauhof? Der fucking Bauhof. War das nicht das Ziel, das zu zerstören, das ist das Flugfeld, ne? Mal sehen, wie viel das aushält. Nebenbei kann ich ja gucken, ob hier irgendwo der Bauhof ist. Dann kann ich gleich wieder neu laden. Yay. Komische Basis haben die hier. Aha. Aha. Ja, super, das schafft der voll. Ne, glaube nicht. Okay, es ging scheinbar nicht nur um das Flugfeld. Es soll sich komplett zerstören. Ah, diese Flammentypen. Mal gucken, ob ich noch den Bauhof wegkriege. Wäre ja geil, aber es sieht nicht so aus. Witzig, wie der Bau scheinbar leichter kaputt zu machen ist als die Kaserne, ne? Aber auch nur, weil ich jetzt einen schöneren Stand habe. Und ich so aus einer kleinen Lücke schießen muss. Komm. Schafft er noch. Ist fast geschafft. Komm. Ja. Haha, wie geil. So, jetzt, wenn jetzt noch die Kaserne weg wäre. Es wäre ja geil, wenn es noch was werden würde, hier mit diesem Versuch.